Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, ich würde es jederzeit wieder tun. Ich habe hier im Keller in Mauerbach meine Whiskyfässer liegen und meine Mannschaftskameraden von der SG Weilimdorf, Abteilung Ringen, die waren neugierig, die wollten mal probieren und dann haben wir uns dazu entschlossen hier einen Mannschaftsabend zu machen. Wir haben uns mal durch die Fässer probiert und dann zu später Stunde war es dann an der Zeit, meine Gäste zum Bahnhof zu begleiten. Auf dem Weg zum Bahnhof sind wir dann an einem Haus vorbeigelaufen und haben bemerkt, dass aus dem Fenster des Hauses Rauch entwich. Scheiße! Nachdem ich das bemerkt habe, habe ich nicht lange überlegt, sondern kurz entschlossen die Haustür eingetreten, bin in das Haus gestürmt und habe die Bewohner des Hauses alarmiert und geweckt und sie aufgefordert, so schnell wie möglich das Haus zu verlassen, weil das Haus in Feuer stand. Ich habe keine Zeit gehabt, um nachzudenken, es war klar, es geht hier um Sekunden und habe da ganz intuitiv entschieden und bin dann ins Haus gestürmt. Ein Kumpel von mir, der Fabi Cebriano, der war mit mir auch im Haus drin und hat die Anwohner alarmiert und mir waren insgesamt acht Leute und jeder hat sein Teil dazu beigetragen, dass alles glimpflich verlaufen ist. Ja, das Thema hält ist mir eher unangenehm. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit in das Haus einzudringen, nachdem ich bemerkt habe, dass es da brennt und die Anwohner zu wecken. Ja, ich würde es jederzeit wieder tun. Ich bin Ringer und habe dadurch auch die notwendige Kraft, um so eine Tür einzutreten. Von dem her war die Tür da das kleinste Problem. Ich sage immer, Ringen ist die beste Schule fürs Leben. Man lernt auch total viel über sich selber und in der Situation hat es besonders viel Mut gekostet und ich vergleiche das mit einem Ringkampf, wo man vielleicht auch gegen einen mächtigen oder übermächtigen Gegner auf die Matte tritt. Da braucht man auch sehr viel Mut und genauso viel Mut habe ich in der Situation gebraucht und von dem her kann ich nur sagen, dass Ringen auf jeden Fall ein riesen Vorteil war. Man wird sehr oft darauf angesprochen und es hat sich sehr arg natürlich rumgesprochen innerhalb vom Ort, innerhalb von Marbach und eigentlich weiß es jeder. Ich habe da auch sehr viele Glückwünsche bekommen und sehr viele Komplimente. Das wurde bei uns im Intranet veröffentlicht und das hat eigentlich jeder mitbekommen bei meinem Arbeitgeber bei Kärcher. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit. Ich würde es jederzeit wieder tun.